You are now entering Fresh Dumbledore's Büro Fresh Dumbledore's Büro Eingang Komm rein, komm raus, mach mir nix aus Das ist Fresh Dumbledore's Büro Eingang Fresh Dumbledore's Büro Eingang Komm endlich rein, Mann Yo, Post für mich, Post für mich Ich hab Post bekommen, da freu ich mich Eine Expresslieferung für Herrn D Yo, das bin ich Einmal hier unterschreiben, bitte Yo, hier ist ihre Post Yo, für Ihr Leben-Sang und schön'n Day noch Post für mich, Post für mich Ich hab Post bekommen, da freu ich mich Post für mich, Post für mich Ich hab Post bekommen, da freu ich mich Duffu, 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 wiki, wiki, waaau Da kommt mein Postmann Bringt mir meine Post an Wenn Winter ist, ist Frost dran Und wenn Sommer ist, hab ich Shorts an Super Reim Ich ersteiger mir irgendwelchen Kram bei Ebay Doch leider brauch ich diesen Kram dann nie, ey Quietsche, Hamburger Brauch ich nicht Digitalkamera Brauch ich nicht Leggings mit Leopardenmuster Brauch ich auch nicht, aber Hauptsache Post für mich, post für mich Ich hab Post bekommen, da freu ich mich Post für mich, post für mich Ich hab Post bekommen, da freu ich mich Post für mich, post für mich Ich hab Post bekommen, da freu ich mich Break Ich hab Post bekommen, da freu ich mich Post für mich, post für mich Ich hab Post bekommen, da freu ich mich Ich hab Post bekommen, da freu ich mich Ich hab Post bekommen, da freu ich mich Ich hätte gerne eine Briefmarke, 445 Cent, ich bin das Natur-Talent. Ich habe bei einem Sprechgesang in der Schule nicht gepennt. Aber machen Sie von der Briefmarke den Preis ab, denn das wird ein Geschenk. Hier, Junge. Wow, danke. Jetzt schicke ich mich selber nach Alaska. Ach, das ist kein Ding, Harry. Das macht überhaupt gar nichts. Denn das ist keine Taube, sondern ein Phönix. Ein Phönix ist viel besser als ein Hund oder eine Katze, denn die haben nichts drauf. Und ein Phönix, er steht aus seiner eigenen Asche wieder auf. Guck dir das an, Mann. Ich bin ein Natur-Talent, denn ich habe bei einem Sprechgesang in der Schule nicht gepennt. Ja, das klingt gut. Ich glaube, ich werde mich mehr damit befassen. Für den Mikro-Check, 2, 2, 2, 1. Das macht ja nichts. Du wirst hier jetzt gedisst und du wirst beim nächsten Mal gebarrt. Meinst du noch mehr gefilter, meine Wahn? Verpiss dich! Sondern wacker, 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 wacker. HIP HOP HIP HOP HIP HOP MACH MEN HIP HOP DRAUS SONEN WACKER BUNDIRT SONEN WACKER BUNDIRT SONEN WAGGER BUNDIRT Lufus MEN IN THE HOUSE MACH MEN HIP HOP DRAUS MACH MEN HIP HOP DRAUS Ja, wakka wakka bunt, hier den Hip Hop fürs Tagebuch. Dann haben wir doch mal Hip Hop. Dann haben wir doch mal Hip Hop. Dann haben wir doch mal was fürs Tagebuch. Das habt ihr euch wirklich verdient. So, dann komm ich mal mit viel Gebrummen um meinem gepimpten Resolute-Desk herum und drück dir diese Urkunde in die Hand und du bist sicher schon gespannt, denn draußen kriegst du noch ein Geschenk. Wer hätte das gedenkt? Eine Tüte Gummibärchen, alles klärchen? So, dann komm ich mal mit viel Gebrummen um meinen gepimpten Resolute-Desk herum. Wer hätte das gedenkt? Draußen kriegst du noch ein Geschenk. So, wer hätte das gedenkt? Kummi, 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 Kummi-Bärchen, alles klärchen? Kummi, Kummi, Kummi-Bärchen, alles klärchen? So, dann komm ich mal mit viel Gummibärchen. Urkunde in die Hand und du bist sicher schon gespannt. So, dann komm ich mal mit viel Gebrummen um meinen Pummi-Bärchen, alles klärchen? Yo, Freestyle-Shit von F.D. Fresh Dumbledore labert in dein Ohr und erzählt dir was von sich. Aha, yo, willst du mich? Willst du Impotenz? Willst du jemanden, der niemals in der Schule schwänzt? Yo, willst du jemanden, der einen übelst langen Bart hat? Ha? Der höchstens einmal in der Woche einen Bart hat? Ein Bart mit D, B, A, D, yo, F, D. Rap für dich, für sich, für... mich. Ein Gedicht. Yo, jetzt kommt der Refrain. Aha. Aha. Auf der Stambl-Dora, Freestyle-Scheiße. Auf der Stambl-Dora, Freestyle-Scheiße. Ja, reicht schon, okay. Äh, äh, yo, es geht weiter mit meinem Text. Ich bin für Stambl-Dora. Ich erzähl dir. Dreck. Kacke. Ich glaub, ich hab ne Macke. Du alte Scheiß. Kanacke. Ha ha ha. Ich glaub, mein Großvater zu. Mein Negerbrüdern. So, aber ich mach jetzt alles wieder gut. Yo, ich fress mein Hut. Mein Ramblin-Hut. Der die Schüler in Hogwarts in ihre Häuser einteilen tut. Ja, ich bin der Hut. Ähm, Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin. Hufflepuff ist Scheiße. Hufflepuff ist Jim Jiminy. Jim Jim. Ja, ich bin Harry und ich wollte nur sagen, das ist mein Text. Mein Text. Mein Text, mein Text, mein Text. Komplett bescheuert. Komplett, komplett bescheuert. Das ist komplett bescheuert. Halt mal die Fresse, das ist mein Song. Los, raus hier. Au, oh, oh. Ja, ein weiteres Jahr ist vorüber. Und ich sing immer noch meine Rap-Lieder. Und ich feg weiter mit alten Omas rum. Denn man sagt ja nicht umsonst gut Ficktum. Und du sehn, ich, ihr wisst, was ich meine. Checkt meine bescheuerten Scheiß-Reime. Yeah, ey. Yeah, ey. Ey, ey. Ich hasse Dumbledore. Fick, 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 deine Oma ist dick. Ich mach mich heute mal schick, weil ich deine Oma fick. Fett, 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 deine Oma ist nett. Ich geh heute mit dir ins Bett und seid ihr mein Baguette. Fick, 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 Fickおいしい Fick. Fick, 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 fickten! Ja, jetzt ist wohl richtig Ende, ne? Tschüss! Sie sagt doch und ich sagt ne! Sie sagt doch und ich sagt ne! Sie sagt doch und ich sagt ne! Sie sagt doch und ich sag... Ne-E-E-E-E-E-E Lied vom Hild! Blablabla, blablabla Ne-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Lied vom Hild! Blablablabla, blablabla Du musst mich auch mal ausreden lassen, sonst wirst du noch den Inhalt dieser Geschichte verpassen. Denn es nützt nichts um den heißen Brei herumzureden, sonst frag dich doch jeder, worum geht's denn? Ich sag jetzt einfach mal frei heraus, was bei mir geht, damit auch jeder die Hintergrund-Story versteht. Ohne lange Umschweife komm ich auf den Männer, ich komm auf den Punkt, 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 Penner. Ich verliere mich nie in Nebensächlichkeiten, ich hab die besten Argumente, wenn wir streiten. Du sagst doch und ich sag ne, du sagst doch und ich sag ne, inhalt. Ne, inhalt. Hey, ich hab mir vor dein Marmel an, Wutkespia, inhalt. Fischi ist der ganze Checker, ich krieg jede Plan, inhalt. Ich sag's, was Sache ist und was sagst du? Ich sag grad, was wichtig ist, also hör zu. Ich zöger nicht, dir zu sagen, was du hören musst, ich erzähl dir alles, ich hab reden musst. Beispiel damals, ich und Napoleon. Wir hatten ne Schulband und die anderen nicht mein Mikrofon. Das war 1812 und 17. Ich glaube kaum, dass sie diese Zeit miterlebt haben, geschweige denn, dass es diese Zeit überhaupt gibt. Doch! Nee. Doch! Nee. Doch! Nee, nicht kommt, inhalt. Nee, nicht kommt, inhalt. Hey, ich hab mir vor dein Marmel an, Wutkespia, inhalt. Nee, ich hab den Niland von dem Mietchen nicht kapiert. Inhalt. Nee, inhalt. Nee, inhalt. Nee, inhalt. Nee, inhalt.